In diesem Teil meines Crashkurses möchte ich zeigen, wie die Teams Eltern-App aus Lehrerinnen-Sicht funktioniert. Ich habe hier nun mein Test-Eltern-Team geöffnet und wie man sehen kann, ist auf der linken Seite unter den Insights die Eltern-App eingerichtet. Ich klicke nun auf Eltern und bekomme eine Liste aller Schülerinnen und Schüler, die in diesem Team Mitglied sind. Wie hier zu sehen ist, mein Test-Schüler hat bereits ein Elternteil oder einen Erziehungsberechtigten zugewiesen bekommen mit dem Namen Demo-Elternteil. Der Schüler Test-Stangl hat noch keinen Elternteil oder Erziehungsberechtigten zugewiesen. Daher klicke ich nun auf diesen Schüler und sehe jetzt auf der rechten Seite neues Elternteil hinzufügen. Ich klicke auf diesen Button und schon springt ein Pop-Up-Fenster auf, in dem ich nun den Elternteil einfügen kann. Leider ist hier die Übersetzung etwas holprig. Name des übergeordneten Programms meint hier den Namen des Elternteils. Ich habe hier den Demo-Vater, habe nun die Mail-Adresse des Demo-Vaters eingefügt und könnte theoretisch auch noch die Telefonnummer einfügen. Damit der A3-Lizenz, die uns in der Schule zur Verfügung steht, allerdings über Teams keine Anrufe in das Telefonnetz getätigt werden können und auch aus Datenschutzgründen, werde ich nun die Telefonnummer freilassen. Ich klicke auf Speichern und nun bekomme ich noch einmal die Übersicht. Test-Stangl hat nun den Demo-Vater zugeordnet bekommen. Ich kann nun noch ein neues Elternteil hinzufügen oder kann diese Eingabe nun zur Genehmigung senden. Der Admin deiner Schule muss nämlich die Änderungen in den Schülerkonten genehmigen. Ich klicke auf Zur Genehmigung senden und die Anforderung wird nun an den Admin gesendet. Sobald der Admin deine Anfrage genehmigt hat, bekommst du eine Benachrichtigung direkt in Teams. Das Zuordnen der E-Mail-Adressen zu den Schülerinnen und Schülern muss natürlich nur einmalig erfolgen. Hat ein Schüler oder eine Schülerin einen Elternteil zugewiesen bekommen, erscheint dieser natürlich in allen Teams, in denen der Schüler oder die Schülerin Mitglied ist. Verwendet deine Schule School Data Sync, entfällt das manuelle Zuordnen überhaupt. Da wir an meiner Schule School Data Sync nicht verwenden, zeige ich hier den Weg, wie manuell E-Mail-Adressen zugeordnet werden können. Wir bekommen nun noch den Hinweis, dass die Anforderung ausstehend ist und es einige Zeit dauern kann, bis diese genehmigt worden ist. Dieses Fenster schließe ich nun. Da bei meinem Testschüler diese Anfrage allerdings schon genehmigt wurde, wechsle ich nun zu meinem Testschüler. Ich sehe nun, zugeordnet wurde ein Demo-Elternteil mit dieser E-Mail-Adresse. Möchte ich nun Kontakt mit diesem Elternteil aufnehmen, klicke ich auf den oberen Chat-Button und schon gelange ich in die Chat-Übersicht und wie du siehst, habe ich hier zu Testzwecken bereits mit diesem Elternteil kommuniziert. Ich kann hier, wie aus dem Teams-Chat gewohnt, Nachrichten eingeben, kann Dateien anhängen und kann so mit dem Elternteil kommunizieren. Neben der Möglichkeit, über den Chat zu kommunizieren, besteht mit dem Button eine Besprechung planen auch die Möglichkeit, mit dem Elternteil oder dem Erziehungsberechtigten ein Online-Meeting zu vereinbaren. Diese Übersicht kennst du wahrscheinlich schon aus den Teams-Besprechungen und genauso lässt sich auch dieses Meeting mit dem Erziehungsberechtigten einrichten. Manchmal ist es allerdings notwendig, dass du nicht nur einzelne Eltern oder Erziehungsberechtigte kontaktierst, sondern alle Erziehungsberechtigten aus der Klasse. Das kannst du hier über den Reiter Ankündigungen erledigen. Wie man hier sehen kann, habe ich bereits einmal eine Testankündigung geschickt. Ich schicke nun eine neue Ankündigung, klicke auf neue Ankündigung starten, kann einen Betreff hinzufügen und dann auch eine Nachricht eingeben. Ich habe nun meine Ankündigung fertiggestellt und kann diese nun veröffentlichen. Wenn ich so eine Ankündigung veröffentliche, wird sie nun automatisch an alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigten meiner Klasse geschickt. Leider gibt es in Teams noch keine Möglichkeit, wie ich nun kontrollieren kann, wer von den Eltern diese Ankündigung wirklich schon gelesen hat. Möchte ich dem nachgehen, müsste ich in den Chat wechseln und wenn ich dann in den Chat mit dem Demo-Vater wechsle, sehe ich, die Nachricht wurde abgeschickt und wenn hier rechts das AUG-Symbol erscheint, könnte ich kontrollieren, ob die Nachricht auch gesehen wurde. Das ist leider noch nicht wirklich befriedigend gelöst, aber vielleicht kommt hier ja mit einem Update eine zusätzliche Funktionalität für die Eltern-App. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zeigen, wie einfach du Eltern bzw. Erziehungsberechtigte über die Eltern-App in Teams kontaktieren kannst.